Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Widerstand ist zwecklos. Die bekommt ihr automatisch in den Ruinen von Gylneas. Und zwar nachdem ihr die Quest angenommen habt, ein Mann am Scoot Ray und ihr euch auf den Weg macht, dann ploppt diese Quest auf. Diese blende ich aus und jetzt geht's weiter mit Widerstand ist zwecklos. Die Quest zeige ich euch. Wir sollen bei dieser Quest Kämpfe auf der Borgentöte und zwar 20 Stück. Wie ihr seht, kämpft hier auch ein NPC mit, oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Und diese Hunde zählen dazu. Das Gute ist, diese Hunde haben sehr wenig Leben. Die Schafe zählen jetzt aber nicht dazu, nein. Puh, das war schon seltsam. Das Gebiet ist riesengroß. Also da gibt's haufenweise solche Kämpfer. Und ich schaue, dass ich immer so eine Hundegruppe erwische. Job, bleibt stehen. Jetzt. Oh, da ist doch ein NPC dabei. Gutes Spielscher Belmont, okay. Da hinten ist noch so eine Hundegruppe. Und ich denke, dann habe ich schon ziemlich alles zusammen. Mal schauen. Komm schon, Belmont. Mach da, ey. Mach da nicht. Und da habe ich 20 von 20. Die Quest ist dann abzugeben, bei Todes-Kommandant Belmont. An der Stelle, wo ihr den letzten Mob getötet habt, der ist ja mitgelaufen. In den Ruinen von Gilneas, normalerweise in diesem Gebiet. Vermutlich läuft er auch weiter hinterher. Und ihr seht, auf der Map ist auch ein Fragezeichen eingetragen. Eventuell könnt ihr die Quest auch dort speziell abgeben. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.